Katzi, was hast du gefunden? Ein Spielzeug? Willst du damit spielen? Ist ja süß, hat er sich einfach vom Tisch runter geholt. Dann gib mir das, dann spiele ich damit mit dir. Kannst du mir das geben? Nein? Muss ich mir das selber holen? So? Wie soll ich spielen? So? Oder so? Das ist witzig. Das ist witzig. Guckt euch mal die Augen an. Nein. Oh, nicht hinfallen, Katzi. Nein, nein, guck nochmal. Guck nochmal. Guck, Augen. Er kann das nicht. Ich wollte, dass er so ganz schnell sein Köpfchen hin und her bewegt, aber das macht er nicht. Ne, er springt einfach drauf. Das ist so witzig mit dieser Katze. Lass los. Lass los. Nein? Apolli, willst du auch? Komm her. Nein, Apollo will nicht. Cosmo, hast du das Interesse verloren? Nein, ich bin normal.